Moin, ihr Bakalupen. Herzlich willkommen zu diesem kleinen weiteren Mal zwischendurch an diesem schönen Freitag. Wir spielen Vikings Village Party Hard. GameJolt.com bietet viele Spiele, Indie-Games an. Kostenlos wie auch ein bisschen kosten. Und das ist natürlich kostenlos. Die such ich ja meistens dann irgendwie für euch raus, um euch das nochmal zeigen zu können. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Geht los! Du bist auf einem Volkskonzert. Jemand nennt dich Ginger. Also, ähm, rothaariger, seelenloser Bastard. Wir sind Wikinger. Fix it! Also, kümmer dich drum. Bring es ins Reine. So, okay. Okay, wir bewegen uns mit der Maus, alles klar. Was ist mit dem Mäuschen hier? Kann ich mit dem Mäuschen was machen? Ne. Oh! Gott, ey! Hilfe! Die Northern Queen will ich kapall... Boah, Hilfe! Ich hab wen kapallstert! Jetzt bin ich aber gleich tot. Was kann ich da... Ach so! Okay, jetzt, ich muss mit der rechten Maustaste aufpassen, weil ihr seht, ich kann hier ja ein bisschen malen. Ähm, das liegt daran, das sind Mausgesten in meinem Browser, die ich eingefügt hab. Da kann ich da verschiedene Sachen machen. Deswegen muss ich aufpassen. Alles klar. Okay, okay. Äh, wir machen weiter. Round Voice! Einfach mal reinholzen. Einfach mal reinholzen. Vielleicht treffe ich was. Wer ist er denn? Alter, er ist der Oberwikinger! Ja, ich hab ihn kaputt gemacht! Fuck you! Okay. Ich hab keine Ahnung, was ich hiermit machen kann. Bird. Spanish Mustache. Okay. Das ist wieder so ein bisschen so wie diese... Aua! Nein! Das... Nein! Play, komm! Das sind wieder wie diese anderen, diese EO-Games. Diese, äh, Agarium, wie sie nicht alle heißen. Oh, manchmal... Oh, zweier Kombo! Nein, lass mich in Ruhe! Ma, Frau, wo hast du Bier? Ich brauch Bier! Gib mir Bier! Verreckt hier, dreckigen... Wikinger-Viecher! So! Nein! Ich hab schon wieder so eine Scheiße gemacht. Das gibt's doch nicht! So, warte. Äh, geschlossene Tab wieder herstellen. So, nochmal. Ach, mit diesen Mausgesten ist es grad ein bisschen doof, aber... Es ist nicht schlimm. Also, ihr seht ja, worum das Spiel geht, man. Läuft hier rum und verprügelt andere. Oh, nein! Ah, Gott! Das kann man bestimmt... Oh, ja! Okay, jetzt, äh, ja. Klar, natürlich. Ich versteh's halt nicht. Wow, warte mal! Den kann man so richtig mega aufladen. Alter! Oh, hab ich den mal reingezwirbelt! Nice! Okay, jetzt bräuch ich das Bier. Gib mir das Bier! Nice! Okay, so kann das funktionieren. Okay. Hilfe! Ich werd so sterben hier drin. Ihr könnt mich alle machen... Oh, ich hab Angst! Ich hab Angst! Schnell weg! Einfach mal den Scheiß reinwerfen! Fuck you! Katz mich mal! Ihr werdet hier auch noch herkommen. Müssen! Siehste! Haha! Mein Bier! Mein Bier! Dankeschön! Oh, Junge! Ich werd immer langsamer. Aber ich lade hier mein... Kamehameha! Auf! Quasi! Ich weiß gar nicht... Kann ich... Kann ich einen Huhn werfen? Ich kann einen fucking Huhn werfen! Oh, 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 oh! Fuck you! Oh! Ich brauch Bier! Frau, wo hast du Bier? Da unten! Gib mir Bier! Ich hab Bier! Mit Citrina-Rakun! Wow! Okay! Alter! Wie er durchdreht! Hühnchen! Friss ihn! Du Missau! Komm ran da! Wow! Nein! Uff! Okay, damit kann ich ihn und wieder auch immer mal abhauen! Oh, nee! Oh, nee! Wo hat die Frau das Bier versteckt? Haha! Es ist witziger als erwartet! Nein! Okay, aber ich hab ein bisschen im Level gemacht! Gute Metal-Musik im Hintergrund! Das ist schon ein bisschen witzig! Treffer, würde ich mal behaupten! Nein! Na? Nein! Okay, man muss aber halt erst mal so ein bisschen auf die Technik klarkommen! Hab einen! Nein! Uff! Schnell weg! Da oben ist Bier! Gib mir das Bier! Los! Oh Gott! Zu viele! Zu viele! Zu viele! Da wollte ich nicht hin! Hühnchen! Wikinger-Hühnchen! Selbst... What the fuck! Das war ein brennendes Todes! Brennendes Todes! Nein! Oh! Ah! Nein! Es ist... Es tut mir leid, aber dieses Spiel macht gerade leider echt Spaß! Ich glaub, das müssen wir mal im Stream spielen! Ich glaub, das wär ne tolle Idee! Kapott! Yeah! Weg mit dir! Warte, wie heißt ich? Citrin irgendwie was? Oh, ich bin auf Platz 5! Nice! Ja, guck mal! Die anderen sind ja mega krass! Okay, und ich hab Glück mit irgendeinem brennendem Gedöns! Ach, nein! So, der liegt auch! Okay, ich kann hier Dinge tun, Tatsache! So ein bisschen funktioniert's sogar! Ja! Ich hab mich Heaveman unlockt! Ich kann irgendwie Dinge tun! Pfff! Ihr wisst ja, rein ins Kampfgeschehen... Rein ins Kampfgeschehen und dann auch schnell wieder raus! Ein bisschen was vermöbeln am sich verpieseln! Oh! Yeah! Warum sag ich eigentlich yeah? Das tut mir selber ein bisschen in der Seele weh, dass ich das so sage! Yeah! Oh! Ich sag's schon wieder hier! Nein! Nein! Ich Heaveman unlockt! Okay, kann ich jetzt irgendwas Tolles hier machen? Ich hab keine Ahnung, was ich damit mache! Und schon wieder aus! Gut! Okay! Ihr seht, ich bin gerade dabei, hier die anderen Sachen wieder so zu machen, so Stück für Stück, so ein Playgame! Auf jeden Fall, ich lass die Mucke nochmal laufen! Er ist ein schönes Spielchen! Link ist unten in der Videobeschreibung! Ah, der trug Flamingo mit 9400 und... Man, jetzt kann ich das wieder nicht sehen! Ach, ja, Mann! Egal, komm, was soll's? Tutorial? Okay, wir gehen auf Play! Ginger! Wer hat mich Ginger genannt? So, wir bewegen uns mal im... Oliver Dunkey! Wir bewegen uns mal im Schleichtempo über die Maps so ein bisschen rüber! So, komm! Beweg dich! Yay! Wir wollen hier einfach nur ein bisschen feiern! Und guck mal, da fängt das schon an! Und es ist voll aufs Maul zauern! Auch nie nett! Guti! Wir sehen auf jeden Fall, es kann Spaß machen, das Spiel! Warum nicht? Also, ähm... Probiert's selber mal aus! Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos! Nächste Woche oder diese Woche! Guckt doch einfach mal in die Let's Play hinein! Da lief jetzt... Da liefen jetzt, glaub ich, ähm... Dienstag und Donnerstag liefen, glaub ich, zwei... Ähm... Spezielle Looter-Kings-Folgen! Ähm... So, dem will ich noch eine verpulen! Was? Okay, dann halt nicht! Alles klar! Guckt einfach rein! Vielen lieben Dank fürs Zusehen! Klickt ein bisschen rum und dann... Wicke, wicke! Ciao! Und ein Wikinger! Ne, das war ein Pirat! Egal, Piraten sind auch cool! Arr, tschüss!